Kapitel 22 Zwischenspiel Seamus Seamus haderte mit sich und seinem Schicksal. Zuerst war er glücklich darüber, gerettet zu werden, auch wenn er überrascht war, Draco zu sehen. Harry hatte er damals nicht erkannt, aber er freute sich, dass dieser noch lebte. Dass die beiden in irgendeiner Form zusammengehörten, war zwar seltsam, aber warum sollte er das hinterfragen? Das war auch sein kleinstes Problem gewesen. Sein Problem hieß Seamus. Er hatte ein Problem mit sich selbst. Er war ein Krüppel. Durch die Folter fehlten ihm Finger an der Stabhand. An die Schmerzen erinnerte er sich mit Schaudern. Sie hatten ihn nicht ohnmächtig werden lassen und er musste zusehen, als sie ihm die Finger abschnitten. Sie hatten sein Körper mit Flüchen verhext. Kruziatus war noch harmlos. Aber der partielle Septum Sempra auf seinen Beinen war unvorstellbar gewesen. So etwas würde er seinem ärgsten Feind nicht wünschen. Aber das war alles nichts zu den Schmerzen in seiner Seele. Den mitleidigen Blick, als er wach wurde und Blaze entdeckte, würde er nie in seinem Leben vergessen können. Blaze hatte ihm zwar immer wieder gesagt, dass er ihn liebte, aber er konnte sich das nicht vorstellen. Wer wollte schon mit einem Krüppel zusammen sein? Mit einem halb amputierten, fingerlosen Mann? Blaze war dunkelhäutig, gut aussehend, muskulös und gut gebaut. Auch wenn er lieber von Seamus genommen wurde, hatte Blaze deutlich mehr zu bieten, als alle anderen Männer, die Seamus kennengelernt hatte. Okay, er war auch nicht wirklich ohne, aber er war eben ein Krüppel. Blaze bemühte sich um seinen Freund, schwor ihm immer, dass er ihn lieben würde und es ihm egal sei, wie er aussehe, dass es nur wichtig sei, dass sie zusammen sein konnten. Seamus glaubte es nicht, wollte es nicht glauben. Das durchlebte Trauma beschäftigte ihn so sehr, dass er nicht mitbekam, dass nicht Blaze, sondern er im Unrecht war. Eines Abends saßen die beiden zusammen in einem ruhigen Teil des Wohnzimmers. Die anderen saßen im Hauptbereich und diskutierten. Shame, was hast du? fragte Blaze seinen Freund. Das, was ich dir jetzt sage, ist schwer für mich, aber... Was? Entsetzt blickte Blaze in das blasse Gesicht seines Gegenübers, dem die Tränen über das Gesicht liefen. Blaze, es ist nicht einfach. Wir können nicht mehr zusammen sein. Es tut mir leid. Wir müssen uns trennen. Trennen? Blaze war fassungslos. Aber warum bei Salazar sollten wir uns trennen? Ich liebe dich doch, Seamus. Liebst du mich nicht mehr? Das hat doch nichts damit zu tun. Du kannst nicht mit mir zusammen sein. Mit einem Mann wie mir. Mit einem... Blaze wurde plötzlich klar, was in seinem Freund vorging. Wenn du jetzt Krüppel sagst, dann hau ich dir eine rein. Blaze, hör doch. Nein, Seamus, jetzt hörst du mir verdammt noch einmal zu. Es ist mir scheißegal, ob du fünf, sechs, sieben oder wie viel auch immer Finger hast. Ob du ein halbes oder ein ganzes Bein verloren hast. Ich bin vor Schmerz und Angst um dich fast vergangen. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich nicht bei dir war, dich nicht schützen konnte. Nein, lass mich ausreden, sagte er laut, als er sah, dass Seamus aufbegehren wollte. Es ist vollkommen egal, wie du aussiehst. Für mich bist du das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Es ist nicht nur, dass du für mich schön bist. Ich liebe deine Augen, wie du mich anschaust. Das Gefühl, dich zu berühren. Deine Stimme, wenn du sprichst. Wenn du meinen Namen beim Sex stöhnst. Die Gänsehaut, die jede Berührung von dir bei mir verursacht. Und wenn wir dabei sind. Der beste Sex, den ich erleben darf, habe ich mit dir. Du weißt, ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Aber mit dir ist alles anders. Ich verzehre mich vor Sehnsucht nach dir. Du lässt mein Herz erstrahlen, wenn ich morgens neben dir wach werde. Ich liebe es, deinen Atem zu hören, dir beim Schlafen zuzuschauen, mit dir den Alltag zu meistern. Und ich werde nicht kampflos mit ansehen, wie du dich aufgibst oder mir versuchst zu erklären, du wärst es nicht wert, bei mir zu sein. Seamus, du bist derjenige, den ich bei mir haben will. Keinen anderen. Und es ist meine Entscheidung, ob ich bei dir bin. Es ist kein Mitleid, das ich für dich empfinde. Jedenfalls nicht in dieser Beziehung. Ich liebe dich mit jeder Faser meines Körpers. Aber wenn du jetzt gehst, dann zerbreche ich daran. Ich kann nicht mehr ohne dich leben und ich will es auch gar nicht. Also hör bitte auf, so einen Schwachsinn zu reden und gib mir lieber einen Kuss, der mich den Verstand verlieren lässt und vögel mich heute Abend so, dass ich morgen nicht sitzen kann, heute die Sterne sehe und deinen Namen dabei schreie. Das ist alles, was ich will. Ob da ein Finger mehr oder weniger an dir ist, ist mir vollkommen egal. Und dir sollte es auch egal sein, denn du bist etwas Besonderes. Blaze liefen die Tränen über das Gesicht und Seamus schaute fassungslos in das Gesicht, das er so sehr liebte. Er hatte noch nie so etwas gehört. Ja, es war keine lyrische Liebeserklärung, aber es war eine Liebeserklärung, die Blaze würdig war. Mit allem, was er gesagt hatte, hatte er seine Seele, seine Liebe wiedergegeben. Konnte er wirklich zweifeln an dem, was er empfand, was der andere für ihn zu empfinden schien? Seamus sagte nichts, lächelte Blaze an und küsste diesen sanft. Blaze spürte die Lippen des anderen auf seinen. Er seufzte leise und zog Seamus so fest, es ging an sich heran. Er küßte zurück und legte all seine Empfindungen in den Kuss. Seamus zitterte bei den Emotionen, die auf ihn einströmten. Das war intensiver als alles, was er bisher empfunden hatte. Der Kuss wurde fordernder und Seamus öffnete seine Lippen. Blaze stieß mit der Zungenspitze vorsichtig vor und als Seamus seinen Mund etwas öffnete, räuberte Blaze mit nie vorhergewiesener Intensität dessen Mundhöhle. Er wollte nie mehr von diesem Mann seinem Mann lassen. Als sie sich nach Minuten des Küssens keuchend anschauten, grinste Blaze, als er fragte, »Meinst du immer noch, dass ich aus Mitleid bei dir bin? Dann warte die Nacht ab. Ich werde keine Rücksicht auf dich nehmen. Du bist gesund und ich werde deinen Namen schreien. Du wirst morgen wund an Stellen sein und mich verfluchen, weil ich die ganze Nacht nur eins von dir will. Du wirst mich nehmen. Ich werde dich reiten, mir nehmen, was dich und mich verbindet. Und wenn ich morgen nicht mehr gehen kann, dann war es das alles wert. Du bist es wert. Du bist der Mann meiner Träume. Also, willst du immer noch gehen?« Blaze legte den Kopf schräg und seine Hand auf die Wange von Seamus. »Nein, auch wenn ich es nicht verstehe, dass du bei mir bist. Ich liebe dich, Blaze Sabini, mehr als alles andere. Und du hast mir eben unmissverständlich gesagt, dass ich mich für die kommende Nacht schonen werde. Und morgen früh wirst du keine Stimme mehr haben und mit Sicherheit nicht mehr sitzen können. Das verspreche ich dir.« Und dann küsste er Blaze wieder. Es fühlte sich gut an und die letzten Zweifel verschwanden aus Seamus' Gesicht. Ende Kapitel 22 Anmerkung des Autoren »Ja, ich weiß, kurz, aber ich fand es wichtig. Bald wieder mehr.« Errill »Ja, ich kann es nicht Orange but Entstehe, daß das »Kz плGOZ« »Ja, dafür поех averaging readilyeux. Aber dann stimm.